hallo und willkommen zurück meine lieben rollenspiel und zwergenfreunde zu pinners of vitality 2 deadfire ja wir haben noch so viel zu tun weil wir sehr viele kopfgeld aufträge vor todeslicht haben wir noch vor todeslicht werde ich wahrscheinlich machen wenn ich mit dem mit der stadt hier ganz fertig bin also wenn ich die graber straße gefunden habe und die grabräde für die toten noch gemacht habe ja akibias schatzkammer muss ich auch irgendwann mal noch machen die familienfäde ist gestorben ja warte bis die besäler mit der maschine fertig sind gut das heißt wir gehen jetzt direkt wieder zurück in den schlund so 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 Und dann hört hoffentlich auch das blöde Grenzirpen auf, was hier gerade so laut ist. Au, das war ja schrecklich, das hatte ich noch nicht so laut bemerkt. Ja, bring mich bitte aus diesem Gebiet raus. So, jetzt sind wir wieder im Schlund. Können uns hier umschauen. Die Königin, das hier Ration, erwartet sie, dass sich die Ruparu von Abfall ernähren? Ja, die Ruparu sind die Nieders der sozialen Kasse. Die Zeiten sind schwer schützig. Es gibt eine Antwort, die dir gefallen würde. Du bist eindeutig verärgert, dass es einfach weitergeht. Du hast recht, das ist furchtbar. Nehmen wir mal so zynisch wie Hagrim ist, die zwei. Necara, die gibt es nicht. Necara schluckt und riecht seinen Blick vom Haufen weg. Ja. Halbverzerrte Essensreste liegen auf dem Haufen. Ein ranziger Geruch steigt empor. Ja, Straßenkinder und Ruparu. Da musst du schon früh gehen, um dir guten Kram vom Ausbeutehaufen zu krallen. At once. Hungrig und müde, mungrig und hü... Müde und hungrig steht's. Bist du auch Pirat? Du siehst ja nicht gerade wie ein Ruparu aus. Glaubst du auch, Seher Hittigada wird uns abholen? Hm. Also hier sieht's schon mal nicht sehr schön aus. Hier kriegen wir noch mehr Zutaten, die wahrscheinlich einfach so den Kisten wuchern. Das ist die Enge. Das ist wahrscheinlich hier die unterste Gasse. Dieser Dämmerstern könnte dir vielleicht helfen. Was sagst du? Und wie willst du mir helfen, indem du mich vergiftest? Der Kämmer. Nein, danke. Haben die uns was zu sagen? Ondras Segen. Ja. Ondra sei mit dir. Gut, mehr haben sie nicht. Also was stand hier? Dieser Weihrauch verbirgt den Geruch der Opfergaben. Verrottetes Obst und vergammelter Fisch. Gut, in die Enge drücken wir uns jetzt erst einmal nicht. Hier muss man sogar steile Wände hochklettern, um an seine Türen zu kommen. Also hier meine ich an der Stelle. Jetzt dürfte man's gut sehen. Muss man hier hochklettern, um hier an seine Türen zu kommen irgendwie. Und fällt dabei wahrscheinlich dreimal runter, bis man endlich mal drin ist. Eine klamme Moschusartige Duftwolke quillt aus dem Spalt hervor. Bias Haus, Einors Haus, die Graberstraße. Einorshütte steht direkt südwestlich von Bias Unterkunft. Ja. Höhenbehausung, Tennishaus. Das heißt, wir gehen erstmal hier unten lang. Wir hätten da unten... Okay, gehen wir erstmal zurück. Wir können ja hier Treppen nehmen. Die habe ich irgendwie übersehen gehabt hier. Sind sogar mit Fackeln gekennzeichnet. Da ist eine Fackel aus, sogar. Und dann kommen wir nämlich hier erstmal zur Pitlis Zuflucht. Eine aufgegebene Katze. Jetzt haben wir eine neue Katze. Ikis. Plus drei, alle Verteilung gegen Körperwirkung, Geistwirkung, Angriffen und gewährt Begleiter-Effekt. Plus drei, alle Verteilung gegen Giftkrankheit-Angriffe. Gucken wir erstmal bei Pitlis rein. Wir machen jetzt hier einen auf freundlicher Sheriff, der von Haus zu Haus geht und alle ausgefetscht. Das ist Pitlis. Ja. Die Flaschen sind leer, man sieht nur noch die Überreste verbrauchter Medizin. Mhm. Die Frau beugt sich über einen Haufen getrockneter, bitterriechender Kräuter. Sie zerkleinert und zermalt sie auf dem schmutzigen Stück Pergamentotwuste dabei vor Anstellung. Sie tritt vor dich, um deinen Weg zu blockieren und wischt sich mit einem zerrumpften Ärmel über ihre schlemmverklebten Blutunterlaufenden Augen. Pitlis? Gut, Gaon, ich habe dich fast nicht erkannt. Du siehst vom Ton ausgespuckter und aufgewärmter aus als Dämmerstern. Ja, das habe ich mir gleich gedacht, den Roben zu urteilen, dass sie ein Dämmerstern ist. Ich habe dich nicht gesehen, Shoti. Hör, du und deine Freunde sollten weiterziehen. Hab dich doch nicht gesehen, Shoti. Hör zu, du und deine Freunde sollten weiterziehen. Sie dreht den Kopf und unterdrückt ein kehliges Husten. Ich fühle mich nicht gut und ich möchte dich wirklich nicht krank machen. Geht es dir gut? Sie sagt gerade, dass es hier nicht gut geht. Nichts, was ein bisschen Ingwerwurst und Bettruhe nicht heilen könnte. Bitte lass mich in Ruhe. Sie macht einen weiteren Schritt und blockiert deine Sicht in den Raum dahinter. Die Kräuter auf dem Tisch geben einen Duft ab, der dir in der Kehle brennt. Blutmus und Höhen... Höhenkoralle. Diese Kombination reinigt die Lungen vom Schleim. Jemals muss sehr krank sein. Vielleicht kann ich etwas tun. Weg gehen. Geh mir aus dem Weg. Nun gut. Nehmen wir mal die Eis. Könntest deine Fähigkeit im Tempel von Gaun einsetzen? Ihr Kichern verwandelt sich in Ruhe. Könntest du hier gebrauchen? Sie wischt sich einen Flecken Blut vom Mund. Dahin sind kranke Roparu. Gibt nicht viel, was ich momentan für sie tun kann, außer sie ihn bequem zu machen. Sie sieht den blutroten Sprengel auf ihrem Handgelenk an. Und versteckt. Ist das klug? Ein Raum voll mit kranken Leuten im ervölkerungsreichsten Viertel in der Stadt? Naja, im Viertel vergammelt alles. Das ist auch nicht gerade gesund. Er sieht sich um, als ob er giftige Dämpfe in der Luft sehen würde. Es ist besser, als wenn sie weiter durch das Viertel wandern würden. Ich kann ihnen einen würdevollen Tod beten, wenn sonst nichts. Warum versteckst du kranke Leute? Ich habe gehört, dass einige Roparu krank geworden sind. Also habe ich sie hierher gebracht, um mich um sie zu kümmern. Die Heiler der Stadt kommen nicht hier runter. Sie runzelt die Stirn und wischt ihre Nase fester. Die Roparu verfügen nicht über eigene Heiler. Mit Gerunzelter stört sie Tekeo an einem seiner langen Haare. Sie schüttelt den Kopf. Diese Leute sind Arbeiter und Fischer, viele sind noch nicht mal Kahanga. Sie sind hier gestrandet nach dem Plünderer und Sklaven, den sie ihre eigenen Stämme auseinandergerissen haben. Sie dreht sich wieder zu dir um. Ich habe bemerkt, was los war, als ich das Rasseln in ihrer Brust gehört habe. Die Art, wie sie nach Luft schnappten. Sie wischt ihren Handdrücken an ihrem Bein ab und zittert. Das einzige Heimittel ist ein Elixier, das mit Kiefersamenöl hergestellt wurde. Es kostet viel, aber nicht so viel wie eine Epidemie. Immerhin werden sich die Neuigkeiten über diesen Ausbruch verbreiten werden, diese Amsien bald in die Altstadt geworfen werden. Niemand in Nekataka mit Geld gibt es für die Roparu aus. Verstehe, gibt es eine Möglichkeit, an ein Heilmittel zu kommen? Es ist freundlich, von dir, ihnen zu helfen. Ich wünsche, ich könnte etwas tun. Dafür gibt es einen guten Grund. Wenn die Krankheit sich ausbreitet, könnte sie weiteres mehr töten, denn es mich wahren soll. Ich hoffe, sie buchten dich ein... Ich hoffe, sie buchten dich ein wegen Verbreitung einer Seuche durch Idioten. Nein. Sehen wir mal rational die drei. Und wenn die anderen Kassen sich um die Roparu kümmerten, würden sie nicht so krank werden. Egal, es gibt ein Heilmittel, ihre matten Augen glänzen. Du kannst fast alles auf der Graberstraße bekommen. Die Schwierigkeit bestellt darin, es zu finden und dafür zu bezahlen. Leider haben die Kinder der Dämmung schon in diesem Teil der Stadt kaum Beziehungen. Sie wählen sich ab, während sie in ihre Armbäume hustet und kräucht. Aber du küsstest es. Ich will dich nicht beleidigen, aber du scheinst jemand zu sein, der sich auf jeder Seite der Stadt wohlfühlt. Sie zuckt mit den Schultern. Falls nicht, wette ich, dass du jemanden in der Taverne finden könntest, der weiß, wo die Graberstraße ist. Kriminelle Typen möchten nach einem langen Tag vor Lügen, Betrügen und Stehen gerne ihre Kehlen benutzen. Sie kichern so lange, bis sie von einem weiteren Hustenanfall geschüttelt wird. Welches Interesse haben die Kinder des Dämmungssterns am Schlund? So ziemlich das einzig Ehrliche. Die Roparu hier werden wie Abfall behandelt. Man singt sie sogar dazu, Abfall von dieser Heide gegenüber dem Aufzug zu essen. Sie schüttelt den Kopf. Und Dereo und sein Prinzipie-Abschaum haben die Verwahrlosen-Kioten ausgenutzt, um in der Kramerstraße den Schwarzmarkt zu eröffnen. Dereo? Er ist der Anführer bei den meisten Kriminellen-Machenschaften, die hier unten geschehen. Einige sagen, er wäre ein alter valianischer Traditionalist. Einige sagen, er sei ein Schläger mit gutem Geschmack. Sie steckt ihre Hände aus und bewegt ihre auf der Handfläche wie Plattformen auf einer Waage. Wer auch immer, ich halte mich vor dem Fern. Sie zittert. Du kannst jedoch nicht sagen, ob aus Furcht oder Krankheit. Sprich weiter. Währenddessen bevölkert sich der Schlund immer mehr, während Stämme von den anderen Inseln nach Nekataka kommen. Einige werden von Piratenplünderern, sogar Schlägern aus Handelsgesellschaften aus ihrem Hand zu Hause vertrieben. Die Rauungen verdunkeln sich. Andere hören Geschichten über den fremden Wohlstand, der sich über die Stadt ergießen. Was sie nicht bedenken, ist die Tatsache, dass das Meister zwischen den Fremden und dem Palast fließt. Sie machte mit ihren Fingern eine kreisroute Bewegung. Die Dämmungsstelle springen also ein.